So, hallo lieber Vasco. Können wir noch mal mit dem reden jetzt? So, Routinearbeit. Sofort fällig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Hauptquest, oder? Das haben wir jetzt gemacht. Ein kleiner Schritt. Was war das denn gerade? Ihr begibt dich zur Loge. Ich spreche mit Agent Platon. Ach komm, wir sprechen mit Agent Platon. Was ist der denn? Da unten, ne? Wir sprechen mit Agent Platon. Denn wir sind ja schon gut auf der Ecke hier, ne? Dann können wir auch gerne mal mit ihm reden. If a Neuroamp helps you get a better job, it basically pays for itself. Mastnet Station. Verteidigungsforschung, medizinischer Dienst, EGIS. Fahren wir hin. Was soll's. Let's go. United Colonies. Was sind wir denn hier? Ja. Fahren wir noch grad nicht, ne? Hallo. The range is available if you need it. Ist ja gut. But I better not see you pointing a weapon and anywhere else. Das ist das gute, zweimal nutzbare C war, würde ich sagen. Was sind wir? Und wo sind die ganzen... Da sind nicht mal Leute. Ein Puzzleteil. Nein. Script tool ist das. Mir sieht das aus wie ein Puzzleteil. Hallo. Oh, ein Backlog von medizinischen Kliniken. Der Walter Ropes. Wenn du ihn zum Präsidenten schläfst, kannst du ihr erinnern, dass ich noch eine Verwaltung auf die Dispensary-Fundung erwartet habe? Oh, ich bin schade. Ne, 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 ne. Das war so, ich sag mal. Okay, aber das ist okay für die UC. Okay, danke. Das überlege ich mir noch. Entschuldigung. So, weg da, Vasco. Ähm. Müssen dann da rein. Dann gehen wir mal hier durch. Ich würde sagen, da steht ein Roboter, aber das ist ja ein Stuhl. So, Ventilator. Hier haben wir Kaffeetassen. Oh, da steht ein Arzt. Hier ist auch eine. Opsana, Kulkarni. Wir sind hier auf der Kettenfläche von Technologien. Es ist ein spannendes Ort, um zu sein. Wir haben nicht, wo wir sind, indem wir auf unseren Laurel sitzen. Unsere Laurel sind in der Fall nicht inhaltbar geworden. Das war ein langer Zeit. Das hilft, das zu erinnern. Okay. Ricardo Bosch. Hallo, Herr Bosch. Quiet, safe, secure. Just how I like it. Wie findest du in Atlantis? It's home. It doesn't matter, how long I've been away, that will never change. Now, this lab will take some getting used to. Sometimes I go looking for the bathroom and end up in the storage closet. Ah, ja. Womit beschäftigt du dich? Wo guckt er eigentlich hin? The short answer is Xenobiology. But I get that that's a pretty broad category. My specialty is Alien Flora. But as a lead, I've managed pretty much every department on the station. Maybe now that I'm here, I'll go back to my roots, so to speak. Wo guckst du? Du scheinst dich langsam einzugewinnen. Yeah, it's nice being in a lab again. And the facilities here at Mast are the best in the galaxy. The only thing I don't have is my research slate. The thought of having to start over from scratch, well, I feel like, like Sisyphus pushing his boulder up the hill. Ähm, was befindet sich auf dieser Daten-Slate? Xenobiological-Stuff on the Flora we grew in the facility. We made regular jumps to Mast, so thankfully I don't need all of it. Just my most recent notes. Okay, wie viel Mühe würde es machen, von vorne anzufangen? Have you ever lost a document, because you forgot to save? It takes twice the metal energy to rewrite it. You remember the basic idea, but there's no inspiration behind it. You're trying to pick up a memory that you told yourself was safe to forget. Okay, äh, ich kann nicht sehr, komm, wir sind so nett, wir suchen die. Oh, great. I'll give you the coordinates to the station. It orbits Vos in the Alpha Centauri-System, so it won't be too far of a jump. Just be careful. I don't know if those Zealots are still there. If they are, definitely do not engage. Ich, keine Sorge, ich mach die weg. Another time, then. Keine Sorge, ich mach die weg. So, äh. Hier haben wir noch Unterlagen. Aber Hütchen mit Reis. Das ist eine Schießanlage, ne? Irgendwas Heftiges haben sie hier ausprobiert, würde ich sagen. Noch mehr. Mit Randall. Okay, das ist ein Waffenständer, okay. Waffenkoffer. Mein Freund Wilby. Ihr kennt hier nicht, den guten Wilby. So, okay. Was ist das denn, den Coachman? Schrotflinte. Uiuiui. Was ist das denn mit dem hier? Howdy. Aegis-Agenten nicht like Spy-Jokes. Ich habe den schweren Weg gefunden. Okay, danke. Wenn du meinst. Ja, was? Die Defense-Research hat über ein paar aktive Kontrakte gerade jetzt. Was machen sie denn da? Wir sehen, welche auspannen. Sie switchen also einfach nur die Fenster, ja? Indem sie auf der Tastatur rumtippen. Und sie tippen nicht mal, nur es bewegt sich. Ich habe das gesehen. Ist ja unmöglich. Ei. Bei denen ist es genau das gleiche. Okay. Du hast Beamtung. Nicht genug Daten. Ich kann nicht nur ein Report, nur based on this. Du hast da komische Sachen im Gesicht. Aber erzähl mal, was ist Aegis? We're the intelligence arm of the United Colonies. Think of it this way. UC Security responds to threats. It's Aegis' job to anticipate and prevent them. Mhm. Du hast Platon. Ha. No. My parents would never have been so presumptuous. Every agent who joins Aegis gets to choose a pseudonym. Pending approval, of course. I chose this for myself when I signed on. I have of course since learned that I am not nearly as smart as I thought I was as a younger man. I suppose none of us are. Okay. Äh, aber Tim, was machst du denn hier? I'm the acting head of Aegis, the intelligence division here in Mast. I oversee all our active projects and agents in the field. And I'm afraid that's about as much detail as I can give you. Aha. Was kannst du mir über Aegis sagen? All you really need to know is that we're here to serve and we're the good guys. Our main priority is the safety and security of the citizens and assets of the United Colonies. Wherever they may be. Das sagt jede Aegis irgendwie. Okay, äh, wie viele Agents arbeiten für euch? Das ist ein Level von Detail, den ich nicht mehr in die. Keine Worte. Wir haben viele gute Leute, die hart arbeiten. Mhm, 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 mhm. Ihr seid also Spione? Das ist ein Wort, das hat benutzt, both für gut und ill, um uns zu beschreiben. Okay, äh, wenn man es, wenn man erst betonen muss, dass man zu den Guten gehört, tut man es meistens nicht. Es muss schwierig sein, über so wenige Dinge reden zu können. Well, you're certainly entitled to that opinion. And there are plenty of others who share it. We'll be looking out for you just the same. Braucht ihr nicht. Ich soll etwas für die UC Security abholen. They've got you doing grunt work, Captain. Hardly the reward I expect for a member of the Vanguard. Ja, äh, ich brauche die Credits dringend, äh. Sergeant Yumi braucht, Worte, Hilfe, Ansatz, hab ich mich gemeldet. Admirable. I've been qualities like that are precisely why you've moved so quickly up the ranks. Ja, ja. Äh, danke. Oh, it wasn't a compliment. Just an observation. In any case, let me fill you in. We have a dead drop that we think has been compromised. So I'd like someone from UC Security to handle the pickup instead. Take the package back to Sergeant Yumi and he'll check it in as evidence before it gets routed back to Aegis. Okay, 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 okay. Äh, was meinst du mit aufgeflogen? We think non-UC-affiliated groups have their eye on it and are using it to identify field agents. Normally we just burn the location, but we didn't get this intel until after the drop. So we're going to need non-Aegis personnel to do the pickup to cover our tracks. Ah, ja. Ähm, warum hast du auf ein persönliches Treffen bestanden? Well, ich hab gesagt, dass jemand, der sich für diesen Job betrifft, sollte meine Stärkung erstellen. Das ist nichts persönliches. Es ist das, dass dieses Arzt nicht Teil des normalen Details ist. Ah, ja. Ich will nur kurz einmal was zu trinken einkippen. So, ähm, alles klar, sag mir nur, wo ich es abholen soll. Take the NAD to the spaceport. There should be a Galbank ATM right next to the station. The package is taped under one of the benches. Grab it and deliver to Sergeant Yumi and the job's done. Okay, 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 okay. Was ist denn in dem Paket? Just the usual reports from agents in the field on persons of interest. Ja, ja. Right now the information isn't as important as who we're tracking. Okay. Good luck with the mission. Mach ich, mach ich, mach ich, kein Thema. Was ist denn hier unten noch? Ein Verhörraum, würde ich sagen, ne? Ja. Hey. Hey. Machen wir. Die NAD-Haltestelle. Und dann der Galbank-Automat. Die NAD-Haltestelle. Hallo. Okay. Äh, was kannst du New Atlantis empfehlen? Well, that depends. Are you a foodie or a shop? Foodie. Äh. mir wäre nach was illegalen essen ist total meins ok 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 wie läuft's ja alles ist mega also ich es ist einfach hammer ist mir geht also ist es ist mir das ist total krank aber mir geht's furchtbar ich bin sehr froh dass du das fühlst ich bin sicher dass es bald besser werden es ist wichtig, versuch' dich aufzuhalten, versuch' dich an etwas zu werfen ich versuch' mich zu genug Geld zu schrauben, damit ich die Settel-Systeme mit meinem Freund, Tony ich denke, wir sind endlich nahe ok, ähm, warum willst du denn New Atlantis verlassen, um Tony und ich wollen sehen, was anderes da ist ich liebe meinen Job, aber es muss mehr sein, als nur ein Janitor in New Atlantis sein was für dich, hast du noch keine Abenteuer gegangen? nein, nein, gar nicht eigentlich komme ich nicht so viel raus wirklich? ich finde das schwer zu glauben du siehst, wie du so viel hast nö diese Gesichtsanimation finde ich echt gut, also ich finde, so wie die reden, finde ich voll stark äh, aber du siehst auch ziemlich kaputt, dass du solltest mal schlafen ok, hm, ich kann ja einen holen, ist gar kein Problem ja, mach ich, das ist gar kein Thema ja, wir sind ja eh gleich drüben, ne, und da gibt's ja auch ein Terrible und dann wir holen ja was definitiv und jetzt hauen wir ab äh, erstmal gehen wir zu Terrible da so ein Crapuccino oder wie hieß das Ding, ne, was soll sie haben vergessen, was sie haben wollte vergessen, was sie haben wollte oh nein, ich bin ein schlechter Freund ähm äh, Cappuccino ein Cappuccino wollte sie ein Cappuccino wollte sie haben 71 Credits warte mal, was also 38, oh Gott, ich hab was das war ihr Geld, was so wenig war nö, 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 nö redet man so mit Arbeitskollegen, oder was das verwirrt mich, dieses Geräusch immer, ne so, wir gehen einmal schnell rüber und bringen der Dame einmal kurz ihr Getränk das ist immer so nett wir machen, wir machen mal Getränke liefern herzlich willkommen bei Flaschenpost, würde ich sagen nur, dass wir auch einfach nur Cappuccino liefern, gar kein Problem da, hallo hallo, 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 hallo ich hab dann, hallo Terracino sehr schön, das freut mich oh, was gibt's denn Chunks Ei verpackt, oh geil, sie hat mir ein Ei geschenkt gut ich mein, warum nicht sowas verschenkt man ja für gewöhnlich auch einfach ein gefundenes Ei ich hätte viel lieber 71 Credits genommen so so so, hallo ich hab da was für dich ich hab, ey ey ich hab ein Paket ich hab mir ein Paket ja, super äh naja, gib mir nur mal ne Credits äh, ich würde mir nicht so Gewohnheit machen, Leute von der Straße zu rekrutieren ja ich hätte gern so'n Anzug, ey hallo ich hätte gern voll gern so'n Anzug ich weiß ich weiß die Freeland-Space-Ace muss es ist ich 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 Okay, dann tschüss. Sie ist Batman. Danke, 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 ciao. So. Was sind jetzt unsere Quests? Was ist Aktivaktivitäten? Schau später bei Kelton vorbei. Ich schaffe die Slate. Ist die irgendwo... Wir können hoch hüpfen. Achso, das ist ja ganz woanders. Nee, das wollen wir gar nicht. Bedächtige Aktivitäten. Sprich mit Theresa Mason. Machen wir. Wo ist sie denn? So, ich muss da in ein anderes Distrikt, würde ich sagen. Aber nicht für mich. Ich bin Freiberufler. Unter Deck. Wieder ab in die Slums. So, Miss Mason. Ach, das ist die Ärztin, glaube ich, ne? Oder? Nee. Oh, es ist nett, zu sehen, ob es immer so gut ist hier. So, ich kann für dich herausfinden, was diese verdächtige Kundschaft im Schilde führt. Okay, warum glaubst du, dass sie etwas im Schilde führen? Ich werde es gleich dem Sicherheitsbüro melden. Okay, dann mache ich das. Okay. Klar. Klar kann ich das machen. Ich sage dir, Bianchi, etwas ist falsch mit den Bouten, die du mit mir verwendet hast. Ich habe sie mit dem Messer. Ich kaufe einen Koffer und ein Barista schreit meine Order. Es ist wie, ich stehe unter den Ladders mit einem broken mirror in meinem Pocket. Ich weiß nicht, Isaac. Das ist ein schweres Schmerz. Nein, das ist nur was sie wollen, du denkst. Louis, duhst du, duhst du die Sicherheit hier? Nein, aber... Aber nichts. Ich sage, wir streben, während der Iron ist heiß. Ich habe ein Gefühl, dass das Goody Two-Shoes in Case-Place wird uns rauskriegen. Sie hat uns etwas ernsthaft gehalten, als wir da waren. Sieh? Keine Zeit wie der Präsent. Mach es heute. Es wird alles gut, glaub ich. Wir werden in und aus in Zeit machen, wenn wir das letzte Mal machen, Jakes. Wenn wir das auskennen, werden wir in Kredite gehen. Ich hoffe, wir können es passieren. Ich habe gerade genug von dir, Louis. Ich denke, ich muss auf meine Selbstverfügung arbeiten. Wenn wir das passieren, werden wir wirklich großartig machen. Ich habe nie gesehen, dass jemand anderes versucht, so etwas wie das. Hey, ich dachte, du warst auf meine Seite hier. Ich habe eine wirklich schlechte Gefühle über das. Frick's Info ist gut. Das wird so ein Stück. Das ist ein ziemlich großartiges Wenn. Du musst mir glauben. Du bist gut. Ja, wenn du so sagst, Isaac. Frick's Info ist gut. Das wird so ein Stück. Ich hoffe, wir werden es passieren. Du musst mir vertrauen. Du bist gut. Du bist gut. Ich habe eine wirklich schlechte Gefühle über das. Frick's Info ist gut. Frick's Info ist gut. Du sagst mir ein Stück. Du bist gut. Du bist gut. Wir haben eine private Konversation hier. Wir haben eine private Konversation hier. Du bist verloren. Digger. Äh. Ja, das ist was ich dachte. Worte an der wiese, Freundin. Bleib weg von anderen Menschen. Ja, danke. Ich werde euch sowas von verpfeifen, Alter. Manchmal geht das nicht so leicht. Wir müssen die Anwaltungen enthalten, bevor sie mit dem Robben gehen können. Du solltest das direkt an Officer Endler im Sicherheitsaufiz. Er wird es in die Frage stellen. Wenn er dir einen schweren Zeit gibt, dann sag ihm, ich schreibe ihn, um den Report zu machen. Das wird ihn auf deine Seite. Okay. Äh. Kennst du Officer Endler gut? Sort of. Er ist ein regularer Gast. Und ich habe ihn vorhin verabschiedet. Er ist mehr vermindert, als die meisten der Sicherheitsaufizierungen. Okay. Wo finde ich denn das Sicherheitsbüro? Gehe nach die Tür und schaue nach links. Es ist bis zum Ende der Straße. Du kannst es nicht missen. Äh. Okay. Danke. Lass mich wissen, wann du den Report gemacht hast, okay? Klar. By the way Captain. Sergeant Yumi was... By the way Captain. Oh. Something I can help you with. Well that's what we're here for. What's going on? The UC Surplus will be out. The UC Surplus. You sure about that? It's been a long time since someone was stupid enough to rob that place. Warum versucht sonst niemanden in der Cyprus auszuräumen? Ich habe selbst gehört wie die Täter es planten. Theresa Mason hat mich geschickt. Das siehst du. Okay, was sage ich hier? Sind jetzt hier Laufbursche oder was? Ich lasse dir halt nichts anbrennen hier. Zuerst war er skeptisch und erklärte, er sich bereit zu helfen. Er meinte, er wird hier patrouillieren, um die Räuber aufzuscheuchen. Sollte ich sagen, dass er persönlich bei euch auf Patrouillier gehen wird? Da siehst du. 2000 Credits. Das ist doch schön. Ja, das ist doch eine schöne Summe. So, wir haben aber noch was. Äh, solide Pflege. Ich spreche mit Schwester Oshii. Oshii in der Krankenstation. Servus. Ich möchte mit den Krankenkindern in der Praxis gerne helfen. Die gelbe Augen. Hast du eine Idee, wo Doktor ein Narrative sein könnte? Er arbeitet Topside, at Reliant Medical. Es ist leicht zu finden. Es ist genau zwischen der Mast und der Orion Tower. Dr. Lebedev ist immer da. Okay. Hattest du mir mehr über die Lage erzählen? Ich habe eine Aufzeichnung in Kaisen von sicker Kindern in der Medbay recently gesehen. Sie sehen, dass sie alle die gleichen Symptome präsentieren, aber ich kann es nicht identifizieren. Es ist nicht ernst genug, um sie zu töten, aber ich habe noch nicht ein effektives Treatment gefunden gefunden. Ich kann dich holen, die Aufzeichnung. Kein Thema. Kein Problem, ich mache das so. So. Wir behalten uns auf, weil es geht um Magendamen. Das ist schon scheiße. Das ist schon scheiße. Das sollten wir auf jeden Fall schnell sein. Wir tun die Liftmusik jetzt. Und ich bin in Wasser und das klingt irgendwie komisch. So. Wir müssen hier hoch. Tschüss. Schnell vorbei hier. So. Ich habe das letzte Spaceship, aber dann habe ich herausgefunden, dass meine Tanks sprung. Ich bin in der Zeit. Und ich bin in der einzige Ort nahe genug, um zu landen. Wie? Du hast nicht erwähnt. Ja. Oh, ich habe das. Radiant Medical. So, Doktor, 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 Dingsbums, hallo, ich platz mal. Wir offeren nur die beste Arbeit in Neu-Atlantis. Wenn es etwas gibt, bitte, nicht wunderschön, zu fragen. Alles klar, hi. Willkommen zu Reliant. Wenn du in need of medical assistance or require supplies, I am sure we can accommodate you. Okay, ähm. Schwester O'Shea schickt mich. Sie benötigt Hilfe bei einem medizinischen Problem. Ein medizinisches Problem, das Talia nicht lösen kann. Ich dachte nie, ich hätte den Tag gesehen. Wie kann ich helfen? Wir haben professionelle Anwohnerinnen und Anwohner. Sie ist eine excellente Nurse. Wenn die Kranke nicht so schlecht gebraucht hätte, hätte ich ihr einen Job hier, seit Jahren. Krankenschwester, krass. Sie sind nicht. Ja, wir können das nicht haben. Ich wäre froh, wenn Sie helfen. Mal sehen, ein Stomachbuch. Ich habe viele davon gemacht. Ich habe eine sehr gute Runde. Ich schaffe eine extensive Nachteile. Ich bin sicher, dass ich etwas kann helfen. Ah, ja, hier wir gehen. Das sollte die Trick machen. Ich habe ein paar Runde auf meine Nachteile von common Stomach Risiken in den Patienten von Paetidatrischen in dieser Hörgüter. Bitte, es zu Tali. Sie kann es halten. Das ist nicht so nett. Sag ich hier, sag ich hier. So, was ist vorweg da? Du stehst im Weg. Minimal, aber du stehst im Weg. Und wieder runter. Und wieder runter. Ich bin gerade verwirrt. Da. Hätte, hat es aber nicht. So. So Frau Doktor. Moin und danke für den Raid und willkommen an alle 13, die mitgezogen sind. Herzlich willkommen. Ich habe die medizinischen Aufzeichnungen von Dr. Lebedev. Achui. Was? Ne. Ich spreche mit Sargent Yumi. Nochmal. Ich spreche mit Kelton Frush. Wollen wir mit Yumi sprechen, okay. Wie geht es, Serrati? Was habt ihr heute gespielt? Sag mal. Raumhafen. Ich habe heute Guild Wars 2 gespielt. Ah. Guild Wars 2. Das ist bei mir schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Ich hüpfe mal an euch vorbei. Guild Wars 2. Letzte Woche, glaube ich, gesehen, dass du es gespielt hattest. Wie läuft das Tagesgeschäft? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Okay, 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 okay. Okay, okay. Warum ist er verschwunden, ohne den Angreifer zu identifizieren? Jede Woche einen Tag aktuell für eingeplant. Oh, sehr schön. Ist auch so ein Endloschen, ne? Sie wollen, dass du einen Falle lösen kannst, ohne sich die Finger selbst selbst zu lösen. Nicht, dass er so viel ein Wissen wäre, weil er noch halb trank war, als er hier hier kam, und manchmal sogar sogar mehr so, als er ging. Sorry. Wrong word. Riche Leute werden nicht trank, sondern sie werden inebriert. Lässt sich machen. Genau, komm, machen wir. Ja, 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 ja. Was ist Dawn's Roost? Sollte ich sonst noch was über den Fall wissen? Und nur Peepee und Essen in der Reihenfolge. Dann mal los. Ich glaube, da waren wir schon mal. Wo sind eigentlich die Leute jetzt hin, die hier eben gerade reingegangen sind? Die waren einfach weg. Lörg und so. Dann mal los. Und du bist Bürgerin. Hallo Bürgerin. Und du bist auch Bürgerin. Ihr seid Geschwister. Der Transit-Bahn. Wohn-District. Äh, ja. Genau, ich erinnere mich. Pioneer Tower. Ah, da hinten ist die Bar, war das. Ah, ja. Ich erinnere mich. Hey, yo, what's up? Royce Alien. Ich bin wegen der Schlitter rein hier. Okay, die zwei Männer haben zusammengegessen. Okay, weißt du über, äh, etwas über den geklauten Ehering? Also, I wasn't witness to any theft. And both men were wearing rings, if I recall correctly. Kannst du die Gäste beschreiben? Well, the one who stayed with UC Security, Octavio, is a shorter man, handsome and refined. His favorite menu item is the saint, I believe. The other, Hugo Fournier, is a tall, slender gentleman with a French accent. Excellent tipper. Well-mannered, but a bit hot-tempered. Äh, ich muss einen der beiden Streuertähne finden. Angeblich hat er was geklaut. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself after UC Security arrived. I believe he lives in Athenatower, although he may be checking out soon, but I would start there. Okay, danke. Enjoy the rest of your day. Octavio, vielleicht ist Octavio auch noch gerade hier, da können wir auch mal gucken. It takes a strong mind and a good eye to sell art. Welcome to my house. What's going on? Was geht ab? Keiner hier, kein Octavio. Na, Kinder alle im Bett. Hallo, Yippie. So, einmal über den Sp... Und der geht auch einfach hier durch. Der Burger. Chunks. Chunks? Chunks. Ja, nicht viel, bin kaputt und bei dir, ja, drinnen geschlafen. Sehr gut. Centaurian Arsenal. Aha, aha, aha. Sehr gut, sehr gut. Oh, da ist er. Bist du... Der Hugo. Oh, oh. Da, da. Äh, nur zu, lass ruhig Dampf ab. Endgehende. Das war tatsächlich schon fast meine Vermutung, ehrlich gesagt. Und der Ex behauptet, du hättest diesen Ring gestohlen. Äh, ihr zwei wart ein Paar. Was? Genießt mein erstes Essen für den Tag. Ja, dann... Das ist nicht nur Dampf, sondern Betroffung. Und ich habe den Engagement Ring, um es zu prüfen. Okay. Was ist mit Dawn's Roost passiert? Es war supposed to be a romantic dinner. Our last, before we pledged our lives to each other. But an hour before, I decided to do some cleaning to calm my nerves. I picked up a pair of pants he left on the floor and outfalls a napkin from the Dawn's Roost with the number written on the back. To think he had the audacity to schedule a date with me at the same restaurant? I was livid. Still, I went to the date and held it together just long enough for the waiter to serve us. Then I went off. Alltag. Und Kleiderschrank und Bett schon auseinandergewordt. Sehr schön. Hatte dir ja vor. Hm, wie steht die Chance, dass ihr euch wieder versöhnt? No. There are some things in life that cannot be repaired. Cheating is his way of saying, I don't love you. And without love, what's the point? Äh, dein Ex beraubtet, du hättest den Ring gestohlen. He would say that. But as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me, when he proposed. It's not his to return. Ja, aber der Mann hatte keinen Bock. Hehe, verstehe ich auch. Äh, lass mich darüber nach. Äh, er gehört immer noch ihm, ja. Sei nicht so stur, gib mir einfach den Ring. Dein Geschenk, äh, dein Geschenk ist mit einer Bedingung versehen. Es gehört nur dir, wenn du wirklich heiratest. Sei nicht so stur. Äh, das ist nicht sehr clever. Warten, sagen wir. Oh, boh, mit drüben schlafen wir schon. Auch sehr gut. Jetzt die Frage, was machen wir wollen, wollen wir unser Stand als, äh, der UC Security ausspielen, oder wollen wir ihn sagen, ey, komm, Digga, sei nicht so stur. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Weil ich glaube nicht, dass das hier funktioniert. Dein Geschenk ist mit einer Bedingung versehen. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das falsch ist. Ich, weiß ich nicht. Hm, stur, Security, Security, ne? Machen wir. Ich hole den Ring zu, egal wie. Du kannst ihn mir also einfach jetzt gleich geben. Sei nicht so stur, gib mir einfach den Ring. Ja, versuch es doch mal nett. Du bist recht. Meine Stubbornheit wird mich in Trouble far too oft. Ich glaube auch. Äh, gib dir die Security in den Ring vor, erst mal. Wenn die Anwälte es geklärt haben, kriegst du ihn wieder. Äh, warum willst du etwas behalten, was dich an ihn erinnert? Aha, okay. Oh, es gibt den Ring, du Affe. Ja, genau. Ähm. Warum willst du etwas behalten, was dich an ihn erinnert? Wollen wir das benutzen? Oder wollen wir sagen, gib der, äh, gib der UC Security in den Ring vor, erst mal. Wenn die Anwälte das geklärt haben, kriegst du ihn wieder. Hm. Ich wäre knallhart. Aber wir nehmen das hier. Oh. Geh, bring. Und jeder Sekunde mit ihm ist exkruciatisch. Perfekt. Fein. Ja, ja, ist besser. Ist besser. Perfekt. Dann gehen wir mal zurück. Jetzt müssen wir noch zu Otto Octavius, würde ich sagen. Geh, bring, lang. Hallo, hallo, hallo. Alle zusammen, hallo. Ich muss den Zug erwischen. Äh, Raumhafen. Ist mir jetzt die UC Security? Ich glaube, ja, ne? Gib mich den Ring, ne? Ja, UC Security. Ja. Ich hüpfe über euch. Passt. Ab in die Goodroll. Ich habe meine Ermittlungen in Sachen Kampf in Dawn Roos beendet. Jupp. Ich wäre nicht nett. Aber manchmal muss man es probieren. Ja, den schenke ich dir jetzt. Äh. Der Ring war nicht geklaut. Der war ein Geschenk. Ich arbeite noch dran. Wollen wir den übergeben oder behalten, ne? Das mache ich jetzt auch. Komm. Really? Ich sollte es wissen, das war ein Waste von Zeit, den Moment, ich leide die Augen und habe drunken. Das ist an mir. Without saying names, there are some people in this city who treat us like their personal security service. Das kann sein. Aber du weißt, wie es geht. Sometimes we protect other times we serve. Either way, I'm still gonna pay you for your time. Here. Take this. It's well deserved. 2000 Credits. Okay. Sehr gut. Mal schauen, ob man noch was hat. I'm starting to run out of Credits. Not right now, Captain. I check with your contacts in the Vanguard and see if they have anything for you. Okay. I might have something for you later. It's just that their work takes precedence. Ich würde viel lieber der US-Sicherity. Die haben voll die geile Rüstung. So, ähm. Kelton Frush. Wir probieren es doch mal mit ihm. Ich hoffe über dich. Und über dich. Der will den Ring nur auch haben, damit er gut steht und er redet dich schlecht. Hehehehe. Genau. Helps haben wir den Ring behalten. Den verkaufen wir. Den setzen wir schön irgendwo um. Was soll's. Das Wasco. Wasco bleibt hier. Aber wer steht da hinter uns? Ist er auf den Zug gehüpft? Oder auf die Schwebebahn besser gesagt. Das ist ja eher die Schwebebahn. Sehr gut. Das gefällt mir. Ja, den veräußern wir schön. Hallo. Dann guck mal, ob wir dem reden können. Kel. Oh. Ich war hoping, wir könnten uns einander wieder gehen. Das habe ich mir gedacht. Dein Timing ist die meisten fortuitös. Ich bin auf dem Weg von etwas, aber ich habe nicht ganz viel Informationen, die ich brauche. Äh, so lange du zahlst, bin ich ganz hoher. Es fehlen immer noch an nötigen Informationen. Wir sind in uncharter Territory hier. Es ist inevitable. Natürlich, jetzt, dass ich mehr verstehe, was passiert, es sieht wie ein Tag. Und zwar, ich hätte es nie gedacht. Die Tertiary Trunks haben auch liquefiert ihre Interioren, aber sie sind nicht vibrativ. Ich dachte, es war vielleicht ein bisschen defekt, aber es ist viel einfacher. Sie sind aufhörst. Okay. Warum weißt du das? Ich weiß nicht. Nicht sicher. Es ist alles eine Theorie, aber es ist komplett unterstützt von den Daten und die Observation. Wie all die gute Wissenschaft. Es ist das beste, was wir jetzt machen müssen. Okay. Drückt dich doch einfach mal verständlich aus. Es bedeutet, es ist bereit zu reproduzieren. Ich glaube, dieses Tertuch wird die Vibrationen über massive Distancen und erwartet, die sympathische Vibrationen in Wettbewerb zu retten. Als es noch nicht, es gab keine Antworten. Ich glaube, das wird nicht verändern, dass eine Antworten nicht möglich ist. Und das ist sehr, sehr schlechte Neuigkeiten. Okay. Äh, definiere schlechte Neuigkeiten. Wir versuchen, einen增加 in der Kraft und Frequenz der Vibrationen. Ich weiß nicht, wie viel mehr bedeutend es wird. Wenn es keine Antworten gibt, kann das Tertuch sich selbst und eine nahe Karte der Stadt um die Destruction. Okay. es gibt noch keine Antworten. Und sicherlich, keine von den anderen Personen sind eine richtige Verbindung. Während es nicht beherrschte dass der Intente Recipient von diesen Messagen wurde verletzt während der Stadt Erwann ist, ist eine andere Möglichkeit. Über 100 Jahre ago, die United Colonies und die Freestar Collective emerged aus der Naryen War. Als Gesture der Friede und Goodwill, eine Literal Olive Branch, einer der Trenn von New Atlantis, wurde offered den Leaders von Aquila City. Hmm, klingt doch noch eine nette Geste. Klingt nach einer Sackgasse, ja. Ja, und nun sind wir endlich soweit. Die ganze Zeit, wenn er teasert, dass er den fällen will hier, ey. Ich komme so bald wie möglich damit zurück. Vielleicht. Spätentwickler. Was? Ich weiß nicht, was er von mir will. Ich weiß nicht, was er hat sich zu sehen. Ich weiß nicht, was er ist ein bisschen mehr. Was er ist für ein bisschen zu treffen.